Ich hab verloren, ich muss trotzdem die Ansage machen. Hast du eine Glocke bei dir? Nein, ich hab gegen meine Tasse geschlagen, die ich gefunden habe. Oh, Regen, Regen, Regen! Och, Gott, leck mich doch an! Regen! Okay, dann greift direkt meine Sache, die ich mir gesagt habe. Wenn es regnet, stelle ich die Ideallinie an. Geht das überhaupt nicht? Was? Was ist das für eine Regel? Nicht mehr aufgesetzt, aber ich habe keine Ahnung, die Bremspunkte sind hier in Kanada, mit Regen und ohne Traktionskontrolle, die ich jetzt aushabe. Man muss doch das Set ab jetzt schon wählen fürs Rennen, man kann nachher kaum was ändern, oder? Ja. Bei dem Rennen ist wieder trocken, das ist scheiße. Kannst du ja dann wieder anmachen. Hier sieht man ja gar nichts. Was ist das für ein Regen? Warum wurde das Rennen nicht verschoben? Kann man das Setup dann noch ändern, wenn das gleich regnet und vielleicht nicht mehr? Nein, ich glaube, du kannst nur diese Flügel und sowas ein bisschen machen, aber nicht hier. Wir nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. Und dann ist halt... Scheiße, ich habe die Boxen anpackt. Einfach Regen schmägen, sah ich die ganze Zeit nur, ne? Aber Jay, man kann doch die Ideallinie jetzt gar nicht... Oh! Boah, Junge. Jay hat sie nie ausgestellt. Jay hat sich direkt auf den Arsch gelegt. Ich habe das gerade mal geguckt, aber die... Doch kann man wohl theoretisch wieder anmachen. Also ich kann meine aus... Ich habe meine Ideallinie gerade angemacht wieder. Ja, bei Regen mache ich die auch an, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist doch Bullshit. Hast du im Regen-App vergeben... Die Alternative ist, ich kann doch direkt all der vier drücken. Im Regen gibt das halt keinen Sinn. Ja, richtig. Na gut. Aber das kann das ja nicht im Regen. Ja, dann kann ich es doch wieder ausmachen. Ja, dann mache ich es doch wieder aus. Was willst du eigentlich? Mach du erstmal die Traktionskontrolle an. Die Ideallinie ist doch an den Regen gar nicht angepasst, oder? Also die Bleistpunkte sind bei mir immer noch als wäre es trocken. Nein, das ist richtig. Wer ist eigentlich da hinter mir? Irgendein armer Tor. Ich fahr jetzt an dir vorbei. Ein armer Tor? Okay, fahr ich nicht. Boah, ich fahr ganz alleine. Das ist geil. Geil. Ich habe schon wieder den ersten Lecker ab. Nee, kannst vergessen. Ich habe schon geleckt. Okay. Okay. Wie fühlt sich das hier im Regen an, ey? Also gefühlt muss man immer Eingang tiefer schalten als sonst. Lass es anfangs ruhig eingehen. Die Strecke ist nass. Der Regen. Ach, Jungs, ey. Ich habe keine Ahnung, was es geben soll jetzt im Regen. Ihr fahrt mit Ideallinie. Ich fahr mal einmal ohne Ideallinie und mal gucken, ob ich es hinbekomme. Das ist echt cool, Dena. Im Rennen fahren ja dann nachher eh alle ohne Traktion. Also alle. Alle, ja. Ja, also du auch. Ja, das ist richtig. Oh nein. Oh shit. Ach komm, jetzt habe ich das schon nicht geschafft. Die Vorstadt ins Ziel direkt rübergerutscht, weil die... Oh nein. Eiskalt, Jake. Eiskalt. Ich fass jetzt echt die Runde schnell weiter. Ich habe dir Platz gelassen. Ich habe dir wirklich Platz gelassen. Ich bin auch vom Gas gegangen. Dann geh vorbei jetzt. Oh, ist das schlitterig. Alter, ist das so schlitterig. Krass. Ich habe dir ein paar bei Platz gelassen. Ja, das ist richtig. Aber so schnell kann ich drücken. Oh nein. Oh. Oh. Peter ist tot. Oh Gott. Peter ist tot. War die Ideallinie verpackt oder hat sie die Verwandt gezogen? Das war übrigens die Wall of Champions. Oh nein. Ich bin doch nie die Wall of Champions gefahren. Ich habe dir gesagt, du hast es gejinxt. Oh Mann ey. Ach, ist das ein Mist. Das bin ich, bin ich, bin ich. Ganz vorbei. Ganz vorbei, ganz vorbei. Ne, fahr doch. Ich bin auch langsam. Nein, nein, du sollst ja vorbei. Ich muss mich orientieren, an du irgendwas. So, der Regengott muss jetzt wieder sein. Du hast die Ideallinie an. Ohne Traktionskontrolle. Okay. Als hier jemand die Ideallinie anhat, ist es schon gut, wenn du vorbeigehst. Wenn ich das hinbekomme. Ich habe die Ideallinie mal wieder ausgemacht. Hat mir viel gebracht. Wann kommen die mit leichtem Regen? Was hat er gerade gesagt? Im Rennen? Im Rennen ist kein Regen. Im Rennen ist kein Regen. Laut Vorhersage. Guck mal, ich bin ja schon mal 12 da. Ja, meine Runde ist eh ungültig und die nächste auch. Musste abkürzen. Du musst es. Oh nein. Oh, ich bin schon raus. Scheiß. Sepp. Ich mach weiter, du bist mein Fahrlehrer. Sepp, du bist mein Fahrlehrer. Sektor 1 gäbe Schlag��라고요...? Ja, weiß ich auch nicht, wer das war. Jahle wegkommen. Jaja, du. Ui 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 ui. Sepp, du bist keine gute Ideallinie. Ja, ich wollte gerade sagen, orientiere dich mal bitte an mir. Ach komm, noch mal eine Sekunde besser. Wo lande ich? Gib mal was. Juhu! Eins! Ich würde sagen, der Hate hat Probleme, Peter. Der Hate hat Probleme. Der Hate hat Probleme. Der Hate hat immer Probleme. Der Hate ist echt noch nicht so ganz auf dem Höhepunkt, muss ich sagen. Der Tank ist leer, okay. Dann rein in die Box. Pass die Unitschmierer. Ist das bei dir so hart am Rücken? Ja, zwischendurch habe ich immer mal wieder so einen Rucklad drin. Der ist ganz schön scheiße, wenn der in der Probe jetzt ist. Das hat nichts mit Dingen... Das hatten wir doch damals schon mal. Das selbe Problem hatten wir doch schon. Jawohl, Christian. Nicht an deinen falschen Einstellungen. Ich wiederhole auf nochmal. Jawohl, Christian. Von deinem Spiel. Achso, die falschen Einstellungen. Wir haben noch ein neuer Hardware. Tut mir leid, hatte ich halt auch das Problem. Hab ich die Einstellungen umgeändert? Hast du in den Optionen nicht mit 30 Sekunden-Rack ausgemacht? Ich habe die von Peter genommen. Ich habe die Grafik von Peter übernommen. Cool. Das kann man dir jetzt gerne durchsagen. Kein Problem. Also ich habe halt auch TS-Aussetzer. Okay, wenn du TS-Aussetzer hast, dann ist das vielleicht was anderes. Das ist die Spieleinstellung. Nee, ich kann die Spieleinstellung gerne ändern. Alles auf Maximum? Ja. Und Fenstermodus 1080p. Du musst den 30 Sekunden-Lack ausmachen, ne? Alle 30 Sekunden Standbild musst du auch machen. Ach ja, und Frames 59. Das kann ich hier einstellen. Das ist schon mal was komisch. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Ah ja, und V-Sig 1. Und V-Sig-Intervall 1. Paar dir eher aus, weil das kann man. Ja. Ey, ich bin 13. Warum bin ich denn noch nicht? Wieso bin ich denn noch nicht letzter? Ja, sechs Leute haben noch keine Zeit gemacht. Oh wow. Das ist ja ganz schön toll. Ja, sechs Leute. Sorry. Ich bin der siebte, der keine Zeit hat. Ja, okay. Dann ist das cool. Okay. Ich hoffe, wir starten so in Fremd. Das wäre schön. Das glaube ich nicht. Der Regen lässt gleich nach. Das heißt, die anderen könnten eventuell... Oh, das war eine 7.20. So, jetzt, pass auf. Jetzt kommt der Held mit seiner Pole. Okay. Ich stehe auf der Strecke. Vorsicht, ich komme. Achtung, hab vorbei. Ich impfe eines, wenn ihr in der Nähe liegt. Sehr schön. Ja, ich helfe dir, Felix. Ich habe dir Wandel gegeben. Vorka-India ist schon kollidiert beim Kodifreien. Ja. Nee, aber das war gut, Alter. Ich wäre sonst weg gewesen. Danke. Oh, jetzt sind wir dabei zu rechten. Jetzt fahren die alle an mir vorbei. Ja, das können wir gerne machen. Ich habe sowieso nicht so viel zu viel Sprit mitgehabt. Also, das ist schon gut, dass ich hier noch ein paar Runden dringend habe. Ich habe auch extra viel Sprit mitgenommen. Das ist halt Übung. Übung macht den Meister. Das ist wie ich am Wochenende. Da nehme ich auch noch extra viel Sprit mit. Wenn du kommst hier abkürzt, dann hast du ja diese und die nächste und da hast du ja im Arsch. Hate hat zumindest die lustigsten Witze bislang heute gehabt. Sagt der Hate. Christian, wie lange solltest du noch regnen? So, jetzt pass auf. Peter, guck mir zu. 1,26, 0,48, kein Problem. So, komm, eine Runde, mein Start drückt. Fährt ihr dann weiter? Kriegt die Strafe? Nee, ich fahr jetzt ja erst. Komm, komm, komm. Du musst da weiterfahren, Christian. So langsamer halt. Ich bin auf dir, Jay. Das war schon mal scheiße. Okay, eine Runde, die man auf jeden Fall machen kann, kommt jetzt hier. Okay, das war gut. Noch gut gefangen. Achter, okay. Vollkommen in Ordnung. Du fährst echt Intermin jetzt? Ich fahr Intermin jetzt auf Mager und hoffe, dass in der letzten Runde der Regen leichter wird, damit ich in der letzten Runde noch mal Gas geben kann. Ja, du musst aber dann berechnen, dass du zwei Runden fährst, ne? Wuhu, rutschi, rutschi. Ja, aber du fährst ja auf der Box raus und dann musst du ja noch mal... Genau, ich fahr ja gerade auf Mager ganz locker geradeaus. Ich warte hier gerade. Aber das... Ich lauer. Ich lauer auf dich. Ich lauer auf dich. Wie hast du mal mit der Pole? Box und Stop. Äh, Christian. Sehr gut genommen, die Kurve, äh, Jay. Da flieg ich auch nämlich schon mal gerne raus. Ja, die ist nicht so schwer. Da werden wir, da werde ich mich gleich töten. Ich glaube nicht, dass die Termine jetzt noch schneller werden. Ja, sieht gut aus bei Jay. Weiter geradeaus. Geht sofort in die DRS-Zone, ohne DRS. Und da wird gebremst und runtergeschaltet. Jetzt noch die letzte. Ja. Lieber vorsichtig als sterben. Sehr gut. Ja. Ja. Komm schon, eine gute Zeit. Intervall auf 1? 10! Intervall auf 1. Ja, nein. Ja, nice. Oh, Felix. Ja, ne. Was ist mit Sepp eigentlich? Na, was? Das war nicht abgekürzt. Komm schon. Ich habe gar keine Zeit. Der Sepp startet mit mir hinten. Ich habe schon wieder 1,26 gehabt. Oh, fuck. Kann ich aus der Box starten mit einem neuen Motor? Warum mache ich das denn? Das ändert mir jetzt Fehler. Du bist auf 1% oder so. Ja, ich weiß, dass das Quatsch ist. Absolut besser im ersten Sektor. Hacke. Bringt dir das noch was? Kannst du dir noch zu Ende fahren? Klar. Ich könnte sogar noch eine dran setzen. Alles klar, gucke ich. Felix nochmal zu. 15. Grad besser. Na, 14. Das war gar nicht so gut. Und runter bremsen. Oh. Nein. Oh, das war jetzt auch nicht so gut. Oh. Wow. Gut gefangen. Hat er überhaupt gefangen. Er hat gefangen. Ach, ganze Zeit ist weg. Nein. Ganze Zeit ist weg. Aber hast du noch 50 Sekunden. Ja, ähm, also da ich ja die Fall habe und du gegen die Fall fährst, wenn du die Kuh richtig gut nimmst, dann könnte ich aber was geben bei die Bescheidung. Ah, die ist Felix aber auch nicht gut gefahren. Er schlittert noch ein bisschen. Neu. Und hin und her. Ja, das wird nichts mehr. Aber eine Runde habe ich noch. Eine Runde habe ich noch. Sicher? Mach das nicht dann final dicht in 30 Sekunden? Ja, okay. Probier's auf jeden Fall. Wenn du in 30 Sekunden über das Ziel fährst, ist doch super. Okay, let's go. Platz 5, Jungens. Platz 5. Leute, Jay ist Platz 5 geworden. Alles klar. Und jetzt habe ich mich gedroht. Okay. Ich bin durch. Er soll mal ein paar Speedys hier machen. Geil. So, jetzt kann ich auch die Klinge jetzt wieder ausmachen. Wer auch immer in der ersten Kurve ist, bitte weg da. Oh Gott! Der NPC fährt halt einfach mal schön in die, während ich auf Pause bin. Nein, das war mir jetzt keiner um 10 Sekunden. Der NPC hat einfach mal schön auf die Strecke gefahren. Da habe ich Panik bekommen. Ich würde gerade die Eide hier ausstellen. Christian. Sie haben eine gute Zeit fahren können, Alter, jetzt starbe ich mit dir am Arsch. Ich bin sehr gut gefahren. Nein! Christian, ich fahr noch, ne? Und ich bin eine Sekunde schneller als vorher. Nice. Ja, gib Gas. Auf grün. Oh, grün ist besser jetzt, oder was? Nein! Ich bin jetzt mit LED blockiert. Ich bin immer noch eine Sekunde schneller. Ja, kurz. Aber mein Benzin ist alle... Nein! Es ist gleich vorbei. Es ist nicht waff, Max. Ja, aber dann fährst du halt schon 80 kmh oder so. Hauptsache, alles wegsliden. Aber es ist eh... Ist eh schon irgendwo was passiert. Regen ist echt heavy, Alter. Die Zeit ist schon rot, weil ich davor rot war, die Runde. Hätte aber eine Sekunde besser gefahren. Ja, nice. Dafür, dass das auch noch Regen war, hätte ich nicht gedacht. Nochmal eine Sekunde schneller. Oi, 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 oi. Jawohl, Christian, wir starten. Eins und zwei. Okay, Sepp, was wir gleich machen müssen, ist die NPCs schnell überholen, und zwar in der ersten Kurve, ohne die abzuräumen. Kriegst du das hin? Rechts oder links? Links. Links. Also die fahren die rechte Kurve und wir fahren außen und nehmen dann... Nein, die erste Kurve ist eine Linkskurve. Die erste Kurve ist eine Linkskurve. Nee, aber du hast doch eine leichte Rechtskurve erst. Nein. Ja, okay, die habe ich jetzt nicht mitgezählt. Das ist keine Kurve für mich. Und da fährst du dann links. Und dann schneidest du die in. Okay. Ja, komm, probier, bitte. Boah, das war jetzt schon echt anstrengend, der sechste Platz, ey. Leck mich am Arsch. Oh, nice, Jay. Okay, Chris auf 1, Sandal auf 2, Jay 6, äh, ich komme mal auf 14. Was bin ich jetzt? Oder wo bin ich noch hingerollt? Ja, du bist 14. Aber du bist auch ohne Ideallinie gefahren, muss man sagen. Das stimmt. Ja, ich bin ohne Ideallinie. Sepp 19 ohne gute Zeit und Peter 20 ohne irgendeine Zeit. So sieht es aus, so gehen wir ins Rennen, aber das wird jetzt mit Sonne sein. Und jetzt sind alle Punkte, wo ich gebremst habe, eh wieder anders. Jetzt habe ich mich voll hier auf konzentriert, wo ich hier bremse. Ah. Ihr habt extra wieder ein bisschen mit Dave gebt. Nämlich, danke, raus mit Dave. Du bist doch ein wahrer Sonnenschein, Felix. Deine Tonqualität ist übrigens diesmal wieder viel besser, Felix, als letztes Mal. Kein Knacken? Nee, gar nicht. Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Du hörst dich an wie ein Sommerblümchen. Wie ein Sommerblümchen? Ja, das ist schön. Forrest-India, auf jeden Fall immer top am Start mit den Komplimenten. Du bist für mich auch ein absolutes Sommerblümchen. Das Gute ist, dass Hamilton nicht direkt hinter uns ist, weil der immer so ein Blitzstark ist. Krass, was ist denn das für eine Rennstrategie? Null Stops? Geil. Kann ich einen Pensum killen? Ja, du hast noch acht Sekunden, um deine Rennstrategie einzustellen. Ja, habe ich gemacht. Perfekte Rennstrategie jetzt. Ja, genau. Ich war einfach nur mit einem Reifen. Okay, wir starten also ziemlich hinten im Feld. Aber so ist das. Ich bin rechts. Ja, ich starte auch rechts. Oh, du startest mit... Ich muss mich erst richtig hinsetzen hier. Ich habe immer Zeit. Mein Jeff hat gesagt, ich komme 15 Minuten wieder aus. Ich glaube, ich nehme es mal nicht. Aber ich vertraue einfach auch. Das ist jetzt wieder so anders als gerade. Ich traue mich gerade nicht, richtig Gas zu geben, weil ich immer noch im Regen bin. Das ist gar kein Sonderland. Können es nicht drei oder fünf Einführungsrunden jetzt geben? Könnte es sich ein Safety Car geben? Das wäre cool. Direkt am Anfang, meinst du? Ich gucke doch mal nach. Fahrhilfe. Aus. Aus. Aber unsere Reifen müssten alle frisch sauber. Ja. Das heißt, ich habe nicht mal ein Vorteil, Frieder. Das ist doch scheiße. Das ist korrekt. Dein Nachteil ist ein bisschen. Das ist ziemlich schnell, ne? Vorteil dafür, dass man den Pargauer in die Wand setzt oder abkürzt ist halt scheiße. Du kannst den richtig geil anbremsen. Ich habe jede Runde quasi abgekürzt. Das ist echt... Das ist halt echt... Ich weiß doch genau, ich bin in der Karriere, da hatte ich, glaube ich, 30 Sekunden an Zeitstrafen gehabt oder so. 30 Sekunden an Zeitstrafen. Ja, ist ganz, ganz schlimm. Ich finde die Kurve aber auch böse, weil eigentlich kannst du, da kannst du mit Vollspeed einen rauskommen halt, wenn er die Kurve nimmt. Aber der Kran ist halt echt witzig. Okay. Boah, am Platz sechs mit dem Hate. Ey, ich habe Angst. Der Hate wird dich nicht im Stisschen lassen, Jay. Der Hate kommt immer. Egal, bei Tutu's. Komm schon. Niemand von euch halt in meiner Nähe so wirklich, ne? Es sind ja fünf Positionen nach hinten. Du hast erstmal Möglichkeiten. Ja, der ist zwölf noch. Wer weiß, was die beiden Ferraris da vorne mal haben? Was legt denn meiner so crazy, ey? Was muss man jetzt am Anfang nochmal gedrückt haben? Bin ich grad aufgerissen. Kumpel, ist ruhig, dass sie hier ganz normale Stadt wie immer. Kumpel, kumpel gedrückt haben. Aber erst drücken, wenn er das gleich anzeigt, weil manchmal nimmt er das sonst nicht. Ich bin gerade aufgeregt, sagst du jetzt. Okay, easy, ich hab's verstanden. 10.000 Drehungen. Loll, viel Start? Okay, alles klar. Christian hat schon mal einen Abgang gemacht. Sehr gut, Christian. Gut vorgefahren. Felix, ganz schlechter Schaf. Warum hast du denn losgefahren? Sepp, Alter, wie kommt der denn hin? Ich wollte dich nicht ablenken. Das war eigentlich nicht so geil bei mir, aber das war die Taktik, so viel er mir... Sepp hat genau das gemacht, was ich dem empfohlen hab. Das war gar nicht so schlecht. Geil. Felix, du machst aber auch ganz vorsichtig, ne? Ich hab leider viele Bresche, aber ich hab verloren. Was mach ich? Ich mach vorsichtig, ja. Ne, ich hab richtig verkackt. Mann, ey. Und jetzt mit der Brechstange, oder was? Langsam fieser Verbremser. Ich muss ja irgendwie nach vorne kommen, Alter. Das ist einfach noch nicht geil. Kann nicht so lange hinten umgerucken. Scheiße, Mann. Das war nicht cool. LOLL! Alter, fick dich. Oh Gott. Fing schon losgefahren. Alter, das ist... Felix, das ist... Das ist Erikson, das ist Erikson. Nicht ablenken, ne? Mann, das ist sauber. Bleib da sauber. Ich hab angefangen mit dem Gang umzuspielen, und plötzlich fuhr er los. Obwohl ich eigentlich die Drehzahl erreiche. Ich hatte keine böse... Die Force ist gerade zusammen. 15 und 16. Das Team-Duell vor mir. Alter, ey. Die haben mich komplett weggefickt. An welcher Platz bist du? Ich hab irgendwie nicht erwartet, dass der so nah an mir dran ist. Ich bin gerade einmal etwas rumgrindet. Das ist aber nicht gut. Das reicht nicht. Mann, ich bin hinterher. Ich komm nicht vorbei. Du musst jetzt erstmal an Bärlein vorbei. Deswegen... Oh, das war aber... Oh, Set ein riesen Fehler gemacht. Ich bleib in, ich bleib in, ich bleib in. Mann! Bärlein, was ist denn das für ein Idiot, ey? Junge, der bremst aber auf die Ideallinie ab. Oh, jetzt hat der Bärlein. Oh nein, 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 nein. Wirklich, der Bärlein bremst auf die Ideallinie ab. Das kann doch nicht sein. Als ob ich... Ich weiß wegen Sepp, aber... Oh! Scheiße. Das Schreien macht mich nervös. Ja. Das ist absoluter Bullshit hier. Sepp dreht sich. Ich überhole den unerlaubtes Überholmanöver. Was? Hast du schon wieder so'n Quatsch? Wie sieht's eigentlich vorne aus bei Dale und... Dann hat mich Werlein... Ist der an ein Pflicht? Ich hab jetzt einen 50-Kunden-Stopp, ey. Ich hab jetzt einen 50-Kunden-Strafe. Dann hat mich Werlein noch... Nein. Weil dann auch mein Fehler gewesen sein könnte. Nein, warum? Wegen der Durchfahrtsstrafe. Oh nein. War alles sehr gutterbund und richtig scheiße. Ich versuche gerade ein bisschen... Ich hoffe, dass ich mit dem gelben Flügel weiterfahren kann hier. Er ist soo ärgerlich. Der hat mir einen roten holt. Ich darf jetzt in die Box. In dem Moment, in dem DRS angeht werde ich angebracht. Ja, da ist es. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du die höchstens eine Sekunde hinter den Also Punkt und so easy drin, ey. Wenn ich weiter vorne gewesen wäre das Podium drin gewesen. Aber so wird das schwer. Die Strecke liegt mir eigentlich. Das ist echt cool. Eine schöne Strecke finde ich. Zu fahren. Eine von mir? Ja voll. Ich bin gerade schon dran am Dalai Palma. Ja. Welchen Platz bist du Felix? Ich versuche Hamilton immer ein bisschen auszubrennen, damit du mehr Abstand gewinnst. Dann kannst du... Aber pass auf, dass er nicht schief geht. Ja, okay. Ich musste ja an die Box durch den Unfall gerade. Aber bis jetzt klappt es ganz gut. Du gewinnst mehr Abstand zu uns. Reduzieren wir die Boxen. Straf. So, mit der Brechstange den Palma überholt und damit jetzt hinter Jay mit DRS. Achtung, Achtung. Okay, beflagget. Der Arme... Null. Verstappen ist raus. Okay. So, Tal, jetzt kannst du nicht Gasen geben. Mann. Ja, er hat halt DRS hinter mir, ne? Immer... Ja, okay, aber... Wird nicht einfach von ihm wegzutommen. Ich muss die jetzt rein, weil sonst würde ich das nicht funktionieren. Ja, das ist richtig. Abstand zur Route vor uns beträgt 2,4 Sekunden. Irgendeiner war in der Box. Ach, Herr Chris. Äh, Felix, ich geh die Runde rein, ne? Ja, ist okay. Das ist der Glück gehabt. Das ist ja genau vor mir rausgekommen, ey. Ich hab nämlich doch ein bisschen Probleme mit den Kurken zu kriegen. Der hat den Bottas probiert, aber es hat nicht geklappt. Scheiß DRS, ey, hau ab, Hamilton. Jey unter Vorkreis, Leute. Und wir gehen jetzt wieder zu. Auf die beiden der S-Zone langsam. Aber sicher. Oh nein. Nein. Also ich kann auf Gelb durchfahren. Uh! Vielleicht... Boah! Ja, bestimmt, bestimmt. Boah! 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 Das war nicht cool! Jeder fährt auf den Boden, ne? Du möchtest dann nochmal stoppen, oder? Boah! Ja, ich hab mit Gelb gestartet. Ich hatte, glaub ich, keinen anderen Satz. Sonst hätt ich das auch so gemacht. Das ist nicht geklappt. Boah! 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 Das tut mir leid, wegen dem Aschwein. Ich wusste gerade nicht, wie ich hier bei Hüttenberg gehen soll, weil liegt es zur Wand und rechts ist Hüttenberg. Wo sind denn die gelben Reifen? Oh, die schlittern aber ein bisschen. Ja, davon geht es ja auszugehen. Ja, ja. Oh Gott! Das war jetzt nervenaufreibend. Das war sehr, sehr nervenaufreibend. Ich bin immer noch immer. Alter, das muss richtig knapp gewesen sein bei der Boxeneinfahrt. Ja, die Box startet sehr früh. Leider habe ich im Qualifying meine Möglichkeit nicht genutzt. Die Boxeneinfahrt war zum Test. Oh nein, davon hast du recht. Lass mich raus. Ich kenn die Box nicht. Hier ist vor dieser Doppelkurve vor Startziel. Ja, aber wann man bremsen muss. Relativ früh. Die werden ja nicht übernommen. Relativ früh, weil die ist nicht lang. Weißt du, wer ist denn da vorne in der 180-Kurve gewesen? Das bin ich. Du überrundest mich gleich. So, jetzt fahren wir mal mit einem heilen Auto. Ohne Feld. Ein paar schöne Runden, Leute. Anders geht das ja nicht. Das ist eine Runde extra Benzin. Benzin plantiert. Oh, ich brenne hier ein bisschen. Was ist denn das wieder für Klopfen? Das rennt mich hier. Ah, mein Start war einfach kacke. Das hat mich alles gekostet. Oh, danke schön. Ich hab meinen Beziehungsstand super im Griff. Oh, das ist doch knapp. Das ist doch cool. Das ist doch schön, wenn man zwischendurch ein Panetti-Botter gesagt bekommt von der Boxengasse, oder? Ja. Jetzt klingt so wie Sonne. Das ist doch schön, wenn man zwischendurch ein Panetti-Botter gesagt bekommt von der Boxengasse, oder? Sondern irgendwas müssen wir mal wieder sagen, wenn lange nichts für uns gehört. Die Lackierung auf der rechten Seite ist noch top. Das wär mal schön. Hau ab! Guckst du auf den letzten Platz rum, aber immerhin Lob. Das kann ich. Nicht mehr den Platz, Felix. Da kommen noch Sepp und Keda kommen da. Nein, nein, er meinte wegen dem Durchsagen. Damit überhaupt was Nettes kommt. Übrigens ist Verstappen letzter. Ach, das Eierstift, den haben wir überholt. Aber der ist voll langsam. Du kannst das Wetter da hinten in vollem Züge... So, ich küsse dir jetzt. Haha, das ist mega ärgerlich. Wieso drehe ich mich immer in der Wand. Das kann man mal so gut vorbereitet. Zweimal ja so. Hallo. Hamilton kannst du raushauen, wenn du möchtest. Also jetzt nicht, dass ich was gegen Hamilton habe. Aber du kannst den jetzt andotzen. Hier mit dem Weltmeister? Ja, dann spaziert. War nicht schon von euch jemand mal in Kanada? Ja. Ach, das ist ja bei den Stimmen. Das ist ja mal zu runter. Ja. Krass. Da müssen wir noch ein bisschen besser der Runden hier wieder folgen. Ich krieg das ziemlich überholt. Oh Scheiße. Auf 22 Sekunden Abstand, das wird ja mal drauf gelegt sein. Das ist so traurig, dass wir hinten wieder rumgolken, ey. Das hättest so viel besser sein können. Du hast aber auch eigene Fehler. Das ist halt so gut. Nein! Luis! Ich will mal ein bisschen mehr Mühe beim Rollenfreiengarten kicken, wenn ich abkürze. Ist ja voll smart gewesen. Ja. Ein Safety Car wär mega, ey. Aber das sollte man nicht hoffen. Oh ja. Das passiert eh nicht. Du musst nur in den Notausgang fahren, hab ich gehört. Wollte grad sagen. Aktuell war halt. Ist gar nicht so schwer. Aber voll tolle Tricks daraus gefunden. Aserbaidschan. Notausgang fahren, rückwärts wieder fahren, dann kommt da Safety Car von alleine. Ja, aber nur im Singleplayer. Ja, ist was ganz anderes als im Multiplayer. Kann ja. Ich schaff's hier nicht ordentlich auf Van Dorn aufzuschließen. Ich schaff's schon. Aber ich muss nur noch viel schneller da sein. Wann? 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 Was ist denn da los? Jawoll. Nice. Ich habe alles gegeben, Christian. Jawoll. Albert. eventuell krieg dich nicht. Dankeschön. Da stand der Hate. Was ist denn da los? Der Hate. Das ist da Roland hat. 1 4 Jetzt habe ich den Stoffel gleich,لter. DRS, die Zone kommt. Ents. ja ja bei mir ist direkt von dorn ich wollte ihn jetzt könnte sein aber ich wollte das podium das war meine ziel für heute also bei zahn habe ich keine chance wirklich das ist so ein kackern bei mir ich komme ich nicht klar in ideallinie die kurven kommen was aus dem nichts gefühlt also gegen wer allein wo meine frisse alter das darf nicht wahr sein fährt auf einer parkte hier am ende der kurve junge junge junge